Eigentlich will sich das Frauchen von Füchsen Dixie im Park nur ein wenig beim Yoga filmen. Doch dann muss sie eine unfreiwillige Sprinteinheit hinlegen. Räuber bleibt eben Räuber. Mit dem Telefon im Maul sucht die Füchsin das Weite. Frauchen dabei immer dicht auf den Fersen. Am Ende wird aber alles gut. Die Mitarbeiterin einer Auffangstation für Füchse bekommt ihr Telefon wieder. Und Dixie hat auf der ganzen Welt ein paar neue Fans dazugewonnen. Die Mitarbeiterin einer Auffangstation für Füchsen Dixie. Redaktion Dixie, 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 Dixie. Die Mitarbeiterin einer Auffangstation für Füchsen Dixie. Untertitelung des ZDF, 2020